hier war ich schon mal wie so oft ach da vorne ist ein bahnhof da kann ich ja schon mal nachsehen du warst in kamisho wohnen ja aber ich glaube wenn ich nicht zweimal aus der hüfte auf den geschossen hätte und einmal gezielt hätte so ich bin in elektro könnte ich dir entgegenkommen ja du brauchst das wasser links von dir ich brauche es rechts von mir sollten wir uns irgendwann begegnen ich gucke noch habe ich hier was finde soll ich dir ein paar sachen mitbringen wenn du was findest nimmst mit wenn du es tragen kann ja ich habe ja einen rucksack so ein kleiner kinderrucksack aber trotzdem ich habe eine pistole für dich habe eine waffe findet also so eine richtige waffe für dich habe ich jetzt nur dass mir hier niemand überlegt ich glaube ich direkt am wasser land sollte ich das vielleicht auch machen jedenfalls laufe ich nicht irgendwie an der straße weil da laufen ja die meisten leute aber nur an der straße kriegst du zeug gut aber wenn du sowieso wenn wir uns irgendwo jetzt treffen ja auch wieder war und an der straße an sich ist ja sowieso nichts wenn da keine häuser drumherum sind auf jeden fall ich habe eine blaue so blaue tarnhose an und so ein bandana über die nase und eine polizeimütze und eine shotgun in der hand die geladen ist ich laufe mal da den kleinen weg lang ich bezweifle ja dass ich jetzt direkt ans wasser gehen muss damit ich dich nicht verfehle aber was liegt denn da ein boot und ganz viele sachen ein paddel liegt hier boot und ein paddel ja kann man das kombinieren ich habe natürlich wieder das glück hier ist nichts drin ich habe natürlich wieder das glück hier ist nichts drin willst du cargo pants oder sagen wir hunter pantsern blau oder grün schuhe ich werde verrückt und ein reifen reparaturset ok nehmen wir doch mal mit kann ich zwar nichts mehr sonst mitnehmen aber ich kann reifen reparieren geil muss ich nur noch ein auto finden das kaputt reifen landen wie sieht es mit den spielern aus hat sich glaube ich nicht viel getan nö so ein kran da drin soll es waffen geben wo komme ich da noch rein beim kran bist du ich bin vorhin auch in einem kran vorbeigelaufen also als ich angefangen habe hier und danach kam ich schon kam ich hochlaufen bin jetzt gleich kommt es gleich glaube ich über den landmine das sind die die man öffnen kann ich glaube die nicht dann ist thunfisch was man öffnen kann ja das hier das richtige haus ist was mir da angezeigt wird von wegen da gibt es waffen vielleicht da vorne da gehe ich jetzt nochmal schnell hin guck mal rein wenn es da was gibt nehme ich es mit wenn nicht dann bin ich traurig so ich sehe schon mal ein kran glaube ich wenn du ein kamisho warst ach guck mal ein mützchen auf dem klo auf dem klo das ist ein klomützchen so hier habe ich ein kran aber ich bin noch auf der straße ich glaube ich gehe noch ein bisschen weiter richtung wasser so kran und container ich glaube ihr du bist noch bei da gibt es noch so einen zweiten fabrikbereich auf dem weg ich glaube du hältst dich gerade da auf also ich bin immer noch nicht beim kran ich habe den nur vorhin gesehen so jetzt habe ich freie natur vor mir halt da läuft jemand da vorne bist du oder ich bin stehen geblieben ja dann haben wir uns jetzt gefunden sehr gut komm auf die suche bis am schrand ja ja das bist du so ich gebe dir jetzt mal ein paar sachen das hier einmal ein blaues jackchen eine rose eine mosin 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 was zu fressen kriegst du auch noch bist du durstig ja kriegst du auch noch die cola willst du meine pistole haben noch die ist zwar nicht geladen aber ja wenn du sie nicht gebrauchen kannst wieso liegen da noch sachen rum die ich schon längst aufgenommen habe holster müsste ja auch irgendwo auf dem boden rum haben oder den habe ich aufgenommen den habe ich auch schon an aber hier liegen noch hier liegen doch noch die sachen rum das ist deine alte hose und ein altes t-shirt glaube ich also sieht mal so aus das ist ein grünes t-shirt und eine schwarze hose ok dann habe ich einen anzeigefehler du bist angezogen so wie ich dir die zusammengegeben habe ja aber da liegen zum beispiel noch die also mir wird angezeigt dass da noch das essen und die getränke rumliegen dann ganz klar nee nee das tactical bacon zum beispiel habe ich nicht aufgenommen jetzt hat das in der hand ok wie auch immer sehr schön so dass man dahin ach so two hours and who survives wins only the northwest airport also das ist ein oben rechts der ne das ostchen nordwesten ist oben links ja ist dann ja stimmt stimmt wo wollen wir denn jetzt hin ja gute frage wir können ach ich hab ich hab hier so ein ach ja jetzt so ein kleines problem ging nicht mit dem trinken ne ne ich ging nicht ich möchte gerne da vorne zu dem leuchtturm dann lass uns doch da hingehen rennen ah ne der ist auf der insel ne gut dann gehen wir hier oben hin ja ja hast du bisher schon ein zombie gesehen ne gut kein einziger sehr schön ich hatte schon ein bisschen Schiss als ich da rum geschossen habe dass es dann los geht irgendwie oder war nichts da rechts war ich glaube ich schon drin wenn man rein kann kann man aber nicht doch doch kann man ja aber da war ich drin da bin ich durch ich bin nicht durchgelaufen humhuh was wäre dann so nächstes imитEM also kann ich mal gucken wenn wir der straße folgen die da wir sind da ok rechts von uns gibt es eine straße wenn wir der folgen kommen wir direkt nach Elektro rein unde das erste was man da finden kann ist eine feuerwehrstation lass mal dahin es war eh über einen haufen schossen. wahrscheinlich nicht. Du bist hier diejenige, die Munition hat. Schießen kann. Aber du kannst antäuschen. Gerade eben hat es noch nichts gebracht. Ich habe mich gerade eben ergeben und wurde erschlagen. Ja, ich habe mich... Ja gut, ich habe mich entspannt. Ja, von den bisherigen Begegnungen, das waren dann jetzt fünf, waren zwei, okay. Okay. Das eine war die Begegnung mit dir und das andere war die, wo ich ihm mitteilen konnte, dass ich freundlich bin. Ich habe dem anderen ja auch nichts getan. Und der hat mich trotzdem erschossen. Ja, das... So, da vorne müsste die Straße einen Knick machen und über Bahngleise gehen. Ja, das tut sie. Das ist schön, dann lese ich die Karte nämlich richtig. Ist das dann schon direkt Elektro, was da jetzt kommt, oder? Das ist schon Elektro. Ja, da kommen noch so ein paar... Ja, da kommt schon das Straßenschild. Mit Elektro-Gorsk. Ne, Moment mal. Das ist gar nicht Elektro-Gorsk. Elektro-Svadosk. Zawodzk. Elektro-Zawodzk. Ja, das steht da. Möglich. Halbes Jahr her und die russisch-Kenntnisse, kyrillisch-Kenntnisse sind immer noch nicht besser, ne? Naja, schrecklich. Was ist denn da mit der Mauer los? Ah, das ist doch keine Mauer gewesen, das war der Zaun und der hat sich noch nicht aufgebaut. Da war einfach nur so eine weiße Wand, irgendwie. Was ist denn mit der Mauer los? So, hier gibt's einen Brunnen in der Nähe. Fühl mich mal dahin. Ach, du bist da drüben, ich hab mich ganz schön wieder schrocken, ey. Und zwar, wenn wir hier bei der nächsten Querstraße links rein gehen. Oh mein Gott. Die sind im Samenlängen bei mir. Hast du mich noch auf dem Schirm? Ja, du bist da grad... Ein-Frame. Das ist ganz schön wenig. Da ist der... Nicht so geil, ne? Ja, voll dumm, ne? Ja, dann pack halt weg. I need a drink. Use the pump. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Jetzt wurde ja gerade so ein Trinken. Das kann ich ja mal genau gucken. Ich kann das nicht entziffern, was das ist. Aber hier gibt's auf jeden Fall... Ach nee, das ist eine Polizeistation, ist das? Ja, noch besser. Und eine Feuerwehrstation ist auch nicht weit weg. Ich bin gleich bestimmt, das darf... Ich hab jetzt schon mal einen über den Durst getrunken. Ich bin nicht mehr durstig. Na komm, ein Mal geht noch. Ups. Ähm. Aufstehen auf C. Aufstehen. Aufstehen.